17. 17 ist die Zahl zwischen 16 und 18. 17 ist eine ungerade Zahl, 17 ist eine Primzahl. Sie ist nur teilbar durch 1 und durch sich selbst, also 17. 17 ist also die siebte Primzahl in der Mathematik und die dritte Formalzahl. Die Zahl 17 ist eine komplexe Zahl. Es ist schwierig, ein regelmäßiges 17-Eck mit Lineal und Zirkel zu konstruieren. Es gilt als eine der Leistungen von Karl Friedrich Gauss, das er entdeckt hat, dass man 17 als vermalsche Zahl so verwenden kann, dass ein 17-Eck entsteht. Und so gibt es auch den Stern im Gausschen 17-Eck auf dem Sockel des Gauss-Denkmals in Braunschweig. In Italien gilt 17 als Unglückszahl, ähnlich wie in Deutschland die 13. Der schlimmste Unglückstag in Italien ist Freitag der 17., so wie in Deutschland Freitag der 13. Deshalb wird in Italien oft keine 17. Etage gezählt und in vielen Flugzeugen der Alitalia fehlt eine 17. Reihe. 17 war früher mal das Alter der Volljährigkeit und auch in manchen Ländern war es das Alter, ab dem Männer und Frauen heiraten konnten. Es gibt den Trick 17, das heißt Lösungswege von Problemen, die besonders verblüffend sind. 17 ist im Tarot eine Zahl, die für die Sterne steht. Die Zahl 17 ist die Sterne und daher symbolisiert im Tarot die Zahl 17 das, was wahr werden wird, Wünsche, die erfüllt werden können. 17 steht im Tarot für Hoffnung, steht aber auch, wenn es umgedreht ist, für niedriger Selbstwertgefühl und für unerfüllte Träume. 17 ist auch in der Bibel eine Zahl, die eine Rolle spielt. Es gibt dort zum Beispiel die Sintflut begann am 17. Tag und die Asche Noah kam zum Stillstand am 17. Tag. Es gibt noch verschiedene andere Bedeutungen des Wortes 17. In der Zahlensymbolik steht 17 für die Hoffnung, für das Licht am Ende des Tunnels und auch für die sozialen Aufgaben. Das hängt so ein bisschen mit den Sternen zusammen. Bedeutungen der Zahl 17 sind Glaube und Wahrheit. 17 steht auch für Optimismus, Hoffnung, Nächstenliebe. 17 steht für Klarheit und Freundschaft, aber auch für soziales und ehrenamtliches Engagement. Wenn du einen Namen hast mit der Zahl 17 nach der Numerologie, dann heißt es, du bist ein sonniger Mensch und jemand, der von der Zahl 17 regiert wird, der hat Einfühlungsvermögen, Redegewandtheit und Authentizität. Idealerweise entwickelst du auch Aufrichtigkeit und Mitgefühl und du lebst im Vertrauen auf die Führung aus der geistigen Welt. Wenn du ein Jahr hast, das von 17 erfüllt ist, dann werden die Projekte in diesem Jahr auch in eine positive Richtung gehen. Aus spiritueller Sicht behandelt sich bei 17 um die Zahl der Sprache und des Ausdrucks. Das sind nur einige Beispiele, wofür die Zahl 17 stehen kann. Überlege selbst, als du 17 warst, als du etwas mit 17 getan hast, was hat das für dich bedeutet und was bedeutet heute die Zahl 17 für dich?